So, da sind wir wieder. Immer noch im Spätherbst bzw. jetzt Frühwinter. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir so schnell wie möglich ein bisschen Nahrungsmittel mehr rankriegen, also ein paar mehr Nahrungsmittel bzw. dass wir auch mal, ich sehe gerade, Holz ist gerade knapp. Und im Winter brauchen wir auf alle Fälle Brennholz und da, guck mal, da hungert doch schon der Erste. Man kann hier auch zum Beispiel auch schön reingucken, was die einzelnen Häuser im Lager haben, sprich, das was in den Häusern ist, wird hier oben nicht mehr angezeigt. Das heißt, wenn hier oben halt Null steht, heißt das nicht, dass die Leute dann halt, dass generell keine Nahrung mehr gibt, sondern im Hauptlager gibt es halt keine Nahrungsmittel mehr. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, müssen wir mal kurz gucken. Ich würde mal hier noch ein Häuser einstellen, dass wir wenigstens so ein paar Grundsachen kriegen. Ihr könnt jetzt, jetzt wo gerade Winter ist, kann man schon mal schön sehen, was hier so im Wald noch so für lustige Sachen rumlungern. Pilze, irgendwelche Wurzeln, irgendwelche Knollen und sonst irgendwelche Sachen, also die man wirklich dann halt, die dann die Sammler hier einsammeln, als Nahrungsmittel. Ich finde, es hat echt schön gemacht. Also ich muss eigentlich sagen, da haben sie sich echt viel Mühe gegeben, auch wenn es dann halt zu den ganzen einzelnen Jahreszeiten wechselt. Sieht es wirklich echt cool aus. Ja, was haben wir denn jetzt schon wieder hier? Naja, die Vorräte vom Brennholz sind verbraucht, okay. Ich bin jetzt am Überlegen. Ich habe auch kein Holz mehr, das heißt, ich muss jetzt mehr roden. Ich mache jetzt mal wirklich nur Holz hier vorne, nur das vordere Stück. Weil Stein und Eisen habe ich jetzt eigentlich relativ viel, das reicht erstmal aus, aber ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Gib mir mehr Holz. Ich schraube mal noch die Bauarbeiter runter, weil zurzeit müssen wir eh nichts bauen. Und machen wir die Geschwindigkeit ein bisschen höher hier. So, die erste Hütte ist auch fertig. Können wir mal kurz wieder die Bauarbeiter einstellen hier. Ja, um mal zurückzukommen zu den neuen Videos. Was ich ja schon im ersten Video jetzt vorhin gesagt habe. Wir sind halt jetzt am Überlegen, dass wir halt wieder ein paar mehr Videos drehen. Ich hoffe, von Apps kommen jetzt auch wieder neue Videos. Das wäre echt cool. Würde mich freuen, wenn ich nicht der Einzige bin, der dann irgendwelche Videos halt hochlädt. Ich habe letztens mitbekommen, dass in der Community halt viel Counter-Strike gespielt wird. Davon würde ich halt ungern ein Video machen wollen, weil CS ist halt, glaube ich, jedem bekannt. Was aber jetzt zurzeit gespielt wird, ist Payday. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch irgendwie kennt. Und wie gesagt, der Leute, die in Steam unterwegs sind, bestimmt schon. Payday 2 ist jetzt irgendwie rausgekommen. Ich weiß gar nicht. Vor zwei, drei Wochen. War auf alle Fälle im Angebot gewesen. Ich habe es mir dann gleich mal gekauft. Habe es auch ein bisschen in meinem Singleplayer gespielt. Fand es ziemlich lustig. Fand es auch ziemlich interessant, dass da die einzelnen Maps da immer selber umstrukturiert werden. Was es ziemlich cool macht in dem Spiel ist der Multiplayer, weil dann jeder irgendwie miteinander agiert, was im Singleplayer nicht so einfach ist. Mal gucken. Also vielleicht schaffe ich hier ein paar Leute mal zu überreden und dann können wir mal ein paar Payday 2 Videos machen. Aber zurück zu Bencht. Hier will ich jetzt noch Felder anbauen. Vor allem jetzt, wenn es jetzt gleich früh hin wird, möchte ich ein paar Felder haben, dass wir ein paar Ressourcen anbauen können. Ein bisschen Nahrung und sowas. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich baue das hier drüben mal hin, das Feld. Man kann halt das Feld groß ziehen. Höchstens 15 bis 15 Felder. Und je größer das Feld ist, desto mehr Leute brauche ich natürlich, um das Feld zu bewirtschaften. Und ich gucke gerade mal. Wie machen wir das am günstigsten? Ich glaube, ich mache das so groß. So, jetzt müssen erstmal die Bäume runtergenommen werden und dann kann ich das Feld bestellen. Ich spiele das Spiel ja jetzt gerade im mittleren Schwierigkeitsgrad. Der mittlere Schwierigkeitsgrad ist für dich persönlich ziemlich einfach. Man hat halt wirklich schon so grundlegende Dinge. Man hat mehr Ressourcen, man hat mehr Einwohner, man hat schon Samen, mit denen man halt Felder bestellen kann. Was ich persönlich am liebsten mache, und das konnte ich vielen und jem empfehlen, im höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Der höchste Schwierigkeitsgrad hat natürlich den schönen Vorteil, dass er schön schwer ist. Und man mit nichts anfängt. Man hat irgendwie einen Karren, und in dem Karren sind halt ein paar Ressourcen, und dann muss man einfach loslegen. Man hat keine Gebäude, man hat, glaube ich, acht Leute, so acht Einwohner. Und dann, ja, mitten im Nirgendwo startet man dann einfach. Und das ist halt ziemlich cool, das macht ziemlich viel Spaß. Also wirklich mal empfehlenswert. So, jetzt mal hier erstmal noch, das Gebäude muss auch noch gebaut werden. Ich hoffe, der Typ schafft es mal, die Gebäude hier fertig zu bauen. Das ist wie der Klassiker. Das eine Gebäude ist fast fertig, aber was macht er? Er baut lieber an dem hier weiter. Ey, unglaublich, echt. So, das Gebäude ist fertig, und das können wir gleich mal gucken. Wir müssten jetzt gleich ein paar Leute einziehen. Zumindest die Leute, die hier arbeiten, weil sie dann halt einen kürzeren Weg zur Arbeit haben. Jetzt gucken wir mal. Da sind sie doch. Jäger und Holzhacker, Moment. Aber das ist ja nicht richtig. Das ist ja ein Forsthaus. Ah, ist egal. Also manchmal ist es auch ein bisschen merkwürdig. Manchmal muss man es nicht verstehen, weil hier drüben ist der Holzhacker. Der zieht hier drüben in die Wohnung ein. Also, komisch. Egal. Aber das ändert sich halt sehr häufig. Also die Leute wechseln dann entweder die Berufe oder die Leute ziehen aus. Und andere Leute aus der Nähe ziehen halt ein. Wir können dann später nochmal reingucken. So, Frühlingsanfang. Und das Feld ist immer noch nicht fertig. Okay. Macht mal hin hier. Ich würde mal kurz sagen, dass die aufhören sollen, hier die Bäume zu fällen. So. Das habe ich jetzt mal abgebrochen. Dass die dann einfach mal hier drüben anfangen, weiter die Bäume zu fällen. Weil für mich ist jetzt wichtig, dass wir mehr Nahrungsmittel kriegen. Weil wir haben kaum was. Und das muss jetzt mal losgehen hier. Schön ist auch, dass die Bäume nicht alle gerade wachsen. Sondern dass es wirklich, ja, da viel Wert gelegt wird, dass die Bäume einfach, dass einfach die Natur aussieht wie die Natur. Echt cool. So, und jetzt fängt alles an zu blühen. Frühlingsanfang. Der Schnee schmilzt. Jetzt mach. Es will irgendwie keiner vorbeikommen mit den Bäume fällen hier. Gibt's doch gar nicht. Ich hab doch eigentlich gesagt, dass die aufhören sollen damit, oder? Ja. Da macht Kinder mehr weiter. Da geht's los, der erste Baum. Zack, die Bombe. So, wir müssen mal aufhören, dass die hier das beliefern, auch wenn ich Klamotten brauche. Die müssen jetzt erstmal echt diesen verdammten, verdammte Feld anfangen. So, die Hütte ist auch fast fertig. So, man kann jetzt hier oben schön erkennen, in der Schnellleiste, die Gesundheit der Einwohner sinkt. Im Durchschnitt halt. Und auch die Zufriedenheit sinkt. Weil ich einfach wirklich kaum Nahrung hab. Weil die Leute frieren. Ja, die Leute haben einfach nichts. Die sind einfach arm. So, und das können wir jetzt ändern, indem wir hier einfach mal das Feld bestellen. Dann gucken wir mal, ob wir da haben. Großer Kürbis. Na super. Na egal. Besser als nichts, sag ich immer. Zwei Leute aufs Feld. Und dann geht's los. Dann suchen sich jetzt in der Nähe Leute Arbeit. Also, beziehungsweise Arbeitslose, beziehungsweise normale Arbeiter suchen sich jetzt hier einen Job. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Man kann halt immer nachvollziehen, von wo die Leute herkommen. So, und die beiden Leute kommen halt aus der Hütte da raus. Und so kann man halt auch immer überprüfen, wie gesagt, ob die Wege zu weit sind. Wenn man jetzt mal hier guckt. Da läuft jetzt von da drüben, ist okay. Von der Entfernung her. Der kommt von da und der kommt von hier drüben. Also geht eigentlich. Dann kann man sich nämlich immer noch überlegen, ob man irgendwie, ähm, ja wie ihr gerade gesehen habt, hat sich jetzt einfach mal, die Leute, haben sie jetzt einfach mal gewechselt. Das passierte halt wirklich ab und zu mal. Ne, man kann dann wirklich relativ gut überprüfen, okay, haben sie Leute zu weit, muss ich mehr Häuser bauen oder was, was kann man jetzt ändern, dass halt, dass es einfach vorangeht. Und wie man jetzt hier oben sieht, ich habe jetzt schon 16 Arbeiter und 8 Kinder. Der mittelste ist halt Schüler. Schüler sind halt dann, ja, quasi Kinder, die zur Schule gehen. Haha. Ähm, wenn ich Schüler habe, dann sind sie als Erwachsene, also quasi als ausgewachsene Menschen, als Erwachsene Menschen sind sie dann einfach produktiver. So, wo sind denn meine Feldarbeiter, meine Bauern? Kommt her. Da ist er. Da ist schon die erste. Hä? Hört ihr jetzt gerade? Die hakt ein bisschen im Boden rum und kriegt Nahrungsmittel. Sehr schön. So, jetzt geht's los. Jetzt fangen sie an, hier an den Feldern rum zu wirtschaften. Und dann kann man hier schön sehen, wie hoch der Ertrag ist. Wenn der Ertrag zu 100 Prozent fangen die Leute an, oder wenn der Ertrag zu 100 Prozent erträgt, dann fangen die Leute an, das Feld abzuernten automatisch. Und meist fangen sie dann natürlich auch zu bestimmten Jahreszeiten an abzuernten, wenn es dann halt üblich ist, die Ressource halt abzuernten. Also man kann jetzt, ich hab jetzt erst großen Kürbis, man kann sich halt noch mehr Sachen erhandeln. Und wenn ich dann noch mehr Sachen erhandelt hab, kann ich halt, oder beziehungsweise muss ich, meine Felder halt auch immer wechseln. Weil, wie halt in der Realität das auch so ist, muss ich halt Felder mit immer unterschiedlichen Dingen bewirtschaften. Sprich, man spricht ja dort immer von der Drei-Felder-Wirtschaft, äh, Drei-Felder-Wirtschaft, glaube ich, spricht man davon, irgendwie. Jetzt werden mich wahrscheinlich viele Leute ausbuhen, dass ich es nicht genau weiß. Auf alle Fälle ist es so, dass man die Felder im Drei-Jahres-Zyklus immer anders bestellt. Mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Früchten, beziehungsweise Ressourcen halt. Ähm, um, ja, das, den Boden halt nicht zu übersäuern. Und, das ist in dem Spiel halt auch so. Das heißt, wenn ich jetzt drei Jahre lang hintereinander diesen großen Kürbis, ähm, anbaue, dann wird mein Antrag immer weiter sinken, weil der Boden einfach übersäuert ist, weil der Boden einfach übersättigt ist. Deswegen sollte man halt immer gucken, dass man wirklich alle, alle, jedes Jahr immer wechselt. Und je mehr, ähm, Samen man hat, desto mehr kann man halt wechseln. Desto mehr bringt man auch seiner Bevölkerung unterschiedliche Nahrungsmittel zu. Das ist schon echt nicht verkehrt. Das bringt natürlich wieder Zufriedenheit. Und dann leben die Leute auch länger, wenn sie halt unterschiedliche Produkte haben zum Essen. Also muss man schon echt drauf achten, dass man da sich ausgewogen ernährt. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche mehr Nahrungsmittel und mehr Holz. Das machen wir jetzt gleich mal. Hier sieht man schon, dass Leute wieder anfangen zu hungern. Und ich spule mal wieder ein bisschen vor hier. Geht so langsam. Ich bin immer so ein Vorspuler, wenn vielleicht die meisten Leute nicht so mögen. Aber ich nervt's immer, wenn es so lange dauert. Ruckzuck sind die Bäume weg, abgerodet. So. Na, was fehlt uns jetzt schon wieder? Holzfröde, das ist knapp, ne? Ist ja klar. So, man kann hier schon mal schön sehen, das Feld wächst und wächst. Super Sache. Wie gesagt, wenn unterschiedliche Produkte oder unterschiedliche Dinge angepflanzt werden, dann sehen die natürlich auch unterschiedlich aus, die Felder. So, 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 so. Äh, ich überlege gerade, was machen wir jetzt am günstigsten? Was wäre jetzt wichtig? Wichtig ist, glaube ich, erstmal Ressourcen. Ich glaube, darauf werden wir uns erstmal spezialisieren, dass wir erstmal einfach nur richtig viele Ressourcen uns besorgen. Auf, wie, einfach mal hier alles weggeroden, was man so findet. Dann spüren wir mal ein bisschen vor hier. Kleine Bäume, wie ihr gerade gesehen habt, bringen halt nicht so viel Ertrag an Holz oder beziehungsweise keinen. Deswegen sollte man halt gucken, dass man die kleinen Bäume halt irgendwie wachsen lässt. Aber ich will jetzt einfach hier komplett alles mal weg haben. So, und ich sehe gerade, ja, es wird an Ressourcen, es wird an Essen, es wird an allem. Klassiker. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.